Norddeutscher Rundfunk 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 Let's go! Oh! Ups! Oh, keine RK Premium Und was ist das? Ich hab nen 16 Ne, was hab ich? Ne, ich hab da Ska! Ich lande oben auf dem Dings drauf! Ich hasse diese Map Ich auch Also, die Gap-Fall-Programme Also, die Gap-Fall-Programme Oh, ist genug Weiss ich nicht Ich geh mal hier auf dem Dings-Fall Ich geh mal hier auf dem Dings-Fall-Programme Ich seh grad, dass ich links diese Dings nicht seh' Ich seh' nur, dass wir auf Wagen 1 sind Aber nicht wo ungefähr die 2. sind Weiss ich mein Ich hab's mir noch nie gesehen Ich hab's mir noch nie gesehen Hä, natürlich Ich blick da einer durch Ja, das ist jetzt nur zwei da Wir sind 17 Wir sind bei dieser Grafik Ich hab' noch nie eine Grafik gesehen Ich hab' noch nie eine Grafik gesehen Oh, nicht mehr Ich bin da gefangen! So oben? Ja. Ich hab das oben nicht gecheckt. Ah, du bist auch tot. Perfekt. Ich bin tot. Chillig, chillig, chillig. Lass mal ganz, ganz, ganz oben auf dem Dach landen. Also wirklich am höchsten Punkt. Ein Dach ist aber scheiße, weil du dann immer erst warten musst, bis du jemanden siehst. Unten kannst du aber abschieben. Ich versuchte jetzt mal auf dem Dach zu landen. Ich hab wieder die Saal. 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 Ich hab wieder die Saal steckes. Aber die Saal. Und die da jetzt schau. Ich hab wieder die Saal. Ah, Mist. Aber nur genockt und ich finishen könnte. Nein. Dummy. Ich land nicht mehr auf dem Dach. Wieso? Ist doch gut. Also, ich land nochmal laut. 2. Also, ich kann nicht mal anfangen zu schießen und ich war schon tot. Perfekt. Schreck. Ich bin nicht AWM. Oh mein, ich hab gerade von so her. Und wo hab ich geholt? Ich verstehe es nicht. Von hinten. Nicht von dort. Ja, aber da ist noch einer. Ich bin jetzt aufgetrunken. Ich bin jetzt aufgetrunken. Ich lande hinter dem, dass ich den theoretisch wohnen kann. Ich seh immer noch einen Stein. Sind zwei. Achtung, da ist noch ein bisschen weiter als noch einer. Ah, wow. Jetzt dauert es 19 Sekunden, bis ich... Mensch. Oh, jetzt ist er aufgenockt. Last. Ich hab den einen im Gras nicht gesehen. Was machst'n du da? Wie läuft er nach? Ich bin ein Sniper. Stimmt. Wie? Ich seh ihn nicht mehr. Der ist da irgendwo genockt im Gras. Ich bin mir leck' gerade, wo ich hin soll. Soll ich außen oder... Ne, ich geh mal hoch. Ich versuch nochmal hoch. Richtig, der Undercover-Sniper. Zwei sind oben auf dem Dachdach. Das ist alles hoch. Nein, das ist alles hoch. Nein, das ist alles hoch. Das macht mir auf meine Arten. Mist. Das ist alles hoch. Eintönt. Oh mein Gott. Und... Och, die K. Oh, nee. Lass mal auf diesen zwei Hallen links. Mal gucken, wie viel da los ist. Ich weiß es nicht. Ich vermute eher weniger. Da oben hinten dabei. Weil ich erstmal einen Überblick verschauen möchte. Auf der anderen links ist es einer. Weil du erstmal einen Überblick versch... Oh. Oh, jetzt bist du. Hier ist noch einer anderen Drop. Hit. Hier rüber. Mein K. Die beide laufen doch die. Ja, gibt dann genug. Sehr schön. Ich bin nicht zu viel. Sehr schön. Ach. Egal. Der K. Das ist der Wanderstummel. Da ist kein Bock drauf, diese zwei. Ich geh mal auf diese andere Halle. Oh, unten. Oh, unten sind falsch. Da war nicht unten. Oder so mehrere. Die vier. Hopp. 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 Der hat jetzt durchgehört. Das ist der Wanderstummel. Das ist der Wanderstummel. Ah, natürlich Noch eine Stopp, oben noch einer Da hinten ist einer Stopp Was war das gerade für eine Animation bei mir? Ich bin so irgendwie so hochgeflogen Sollen wir versuchen auf der Halle zu landen? Hm, ne Ich bin unten Ja, ich probier's mal, weil ich glaub einer ist nämlich oben Ich kann von oben nicht gut runter schießen Ich mach das nur oben dann Ah ne, wenn es der andere hat Wir sind nur leicht Perfekt Da sind wir Der eine hat nen Hit für sich Der eine hat nen Hit für sich Der eine ane an Nimm die AWM Hast du mal lange genockt? Oh, jetzt bin ich auch runtergeflogen Wann bin ich dumm? Achtung da langen einer Mail Du musst Begun Hab ich dann Hä, jetzt zwei mal geht das Alter, nee. Ich darf jetzt nicht sterben ich habe nur gedacht dass du eigentlich sterben ich hab dir jetzt mal aufgenommen du hast gesagt ich darf einfach nur nicht sterben weil kann ich ja nicht wissen dass dass du genockt kommt runter und dann gebe ich die karte abgelegt und jetzt haben sie halt auf so schwer und nächstes mal ein bisschen besser kreuz angekündigt die bessere kreuz dann kreuz steht auf die awm das ist ja schon neun Punkte ach du hast alle HIT HIT oh fuck der hat mich so HALT GEHITTED chemisch ja wahrscheinlich nicht weiter 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 du bist bei mir nach oben gekrabbelt bleib doch bitch bleib dran stehen du bewegst dich bei mir nicht ich nicht ich hab nur noch einen Schuss hallo ja ich geb dir gleich let's go geht doch oha tausend Schaden hast du oha tausend Schaden hast du oh 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 oh